Der eine ist der Wachsau. Der Wachsau ist hier und rein. Das hier ist der Wachsau. Wenn wir sind im Augenblick, kann ich nichts. Oder am Ende kannst du nicht landen. Merkst du, ne? Jetzt wird es schockiert. Jetzt kann ich landen. Super. Und dann ist der nächste Wachsau. Wenn ich da hinkomme, bist du ledig, bist du ledig, bist du ledig, bist du ledig. Wenn ich die Linie aber bewusst kenne, ist es leicht zu vermeiden. Nicht über ein bisschen so rumträumen. Die meisten Leute merken immer erst, wenn die Gefahr schon richtig da ist, dass sie in Gefahr sind. Du musst aber schon vorher in Gefahr. Ich schützt mein Spielfeld. Das hat nicht gereicht. Das hat nicht gereicht. Ich schützt mein Spielfeld.